Vorne ist noch ein Pirat. Nein! 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 Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Spore. So, wir machen hier mal. Gerade ein bisschen Handel. Gucken wir auch mal. Und extreme Gesundheit. Dafür gehen wir zum X-Plex Reich. Weil die das immer billiger haben. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Auf Armin Noobs. Mauer 2,6 Millionen. Ne, also das ist echt... Ziemlich nice. Oh, die bieten mehr. Hat den Vorteil, dass wir bei ihnen auch einkaufen. Wir probieren mal, ob wir irgendwo die besser verkaufen können. Vielleicht auch bei uns oder beim Trockreich oder sowas. Ah, hier sind direkt welche von uns. Im D-Aster. Ich hab schon wieder Christmas Time ist Christmas Time verstanden. Okay, also die haben nicht sehr viel davon. Ähm, gut. Vielleicht in Puri. Wer weiß. Das bringt's auch noch nicht so viel. Und ähm... Da waren wir gerade. Vielleicht hier. Ist das ein Kaufsystem eigentlich? Ja, okay. Okay. Das ist einfach, dass du mich empfängst. Und das bringt's nicht. Oh, 50. 50, das ist... Wow. Ich überlege gerade, ob wir das machen sollen. Irgendwo werden wir die schon los. Oh. Jetzt haben wir aber viele. Vielleicht auf Lehlen. Oh, ich war das kein allzu kacke Chef. Oh. Zumindest ein bisschen besser. Also Lehlen, merken wir uns mal. Da können wir die auf jeden Fall loswerden. Die haben gelbe Gewürzquellen. Das wird's nicht so bringen. Vielleicht auf Apomon. Apomon, keine Ahnung, wie das heißt. Ist auch relativ egal. Na, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht auf Mahle. Ich probiere ja die ganze Zeit, wer den besten Preis für gelbes Gewürz hat. Und... Nein. Nein, die nicht. Aus dem ein entspannender Minztee gekocht werden kann. Wird zur Herstellung von Heiltränken verwendet. Schön. So, jetzt gucken wir noch zu Hause. Und wenn das nix bringt, dann... Ähm, dies. Gehen wir zum Lehle. Ohhhhhhh. 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 Für eine Million haben wir jetzt was. Haben die was gekauft. Ist das nicht toll? Kommt ja und sagt schon. War das toll? War das toll? War das toll? War das toll? Ja. Ha. Ist das nicht toll? Wir haben's geschafft. Zu einem guten Preis zu verkaufen. Und jetzt haben wir 3,1 Millionen. Ist das nicht heftig? Heftig. Die haben sich wieder komplett recovert. Wie ich gerade. Na, das ist nicht ganz so toll. Aber wir haben jetzt auch eine gute Zeit. Muss man beachten. Wir stellen euch alle um. Oh, hey. Ich wusste doch gar nicht, was ich gesehen habe. Ich hoffe nur, die haben keine Geschütze daran gebaut wieder. Oh. Hier sie waren ja richtig. Aber die Stadt hier hat keine so gute Geschütze. Also die halten sich so gut aus. So. Erstmal jetzt hier. Ich zerstöre einfach. Ich habe aber nicht vor, die Stadt zu übernehmen. Also, wenn die Frieden wollen, ist das nicht mein Problem. Hier kommen auch keine Raumschiffe. Das ist halt gut. Und unsere Energie natürlich sehr hoch und runter ist inzwischen. Das hat wirklich nicht. Wir müssen das jetzt wahrscheinlich Stück für Stück so machen. Das wird's am meisten bringen. So. Ah. Nein. Pluto wird überfallen. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir müssen doch noch unsere gehelten Würze da loswerden. Das ist grundsätzlich. Fakti. Wau. Geh weg. Eine Stadt haben wir erledigt. Das ist gut. Eine unbekannte, außerirdische... Was steht da Spezies? Flotte. Ach. Hier wieder ein Pussy-Pora-Pirat. Ich hab zwar nichts gemacht, aber ich bin eine Sahra-Held. Das ist nicht toll. Da vorne ist noch ein Pirat. Nein! Nein, 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 nein! Oh, das kennen wir doch, oder? Ist das nicht behindert? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Scheiße! Okay, haut rein, Leute.